Willkommen zu einer neuen Folge von WoW Quest. Heute zeige ich euch den großen braunen Kodoro. Was werden wir denn mal? Das ist natürlich ziemlich gleich wie die anderen Kodos auch, wenn die großen Kodos sind ja quasi die schnellen Reittiere da tauchen. Ich mag sie ganz gern. Auf jeden Fall für einen Ork besser geeignet, finde ich, wie die Falconschreider der Blutelfen. So, das war's dann für heute auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei WoW Quest. Danke, tschüss.